Willkommen zurück zum ersten Overwatch-Video im neuen Jahr und direkt nur noch gerankt als Hider mit Mulder. Und ja, einfach mal schauen wie die Runde wird, würde ich sagen. Die Map persönlich, von der Map persönlich, die Mapansicht möchte ich persönlich nicht so gerne, weil das einfach, keine Ahnung. Entweder man hat halt ne leile Verteidigung oder halt nicht. Ich hab dem Angriff halt das Gleiche, aber manchmal verkacken ist die Teamseite richtig auf der Map. So und jetzt ist einfach auch mein halbes Team dort schon höchstlich tot und die Gegner pushen ganz bisschen rein. Das hat man doch gesehen. Warum war er denn? Egal. Ich glaub von hinten kommt gleich jemand rein. Da pass ich schon mal auf. So, jetzt sind wir kurz ein bisschen Heals nicken. Mein Gott, Sigma. So ist die Dala. Und ich muss sagen, momentan geht's rein defensetechnisch eigentlich ganz gut. Ich schmeiß mal der Anara kurz in den Übelchen. Wow. Danke, Anara, danke. Geh halt einfach weg. Bislang er sein Schild näher mein Gott, wenn er nicht offen hat. Ich muss halt endlich mal schon ein bisschen snacken. Ah, jetzt hat der Soldier gerade keinen Heal weg gehabt, weil er geantinatet wurde. Ohne. Ah, da muss ich mal ganz denklos. Mein Gott, wie hat die denn jetzt wegge... Ja, weggesnipe oder so. Hat schon wieder kein Heal mehr. Wow. Wie unlucky war das denn jetzt? Er kommt halt reingeschwungen. Cool. Wisst ihr, ich komme so nach Pause, aka zur Verteidigung und das erste, was passiert, die dumme Feuergranate von Ash explodiert in meiner Fresse. What the fuck? Okay. Cool. Der hat mir einfach seine Granaten von Getty in die Fresse gehauen. Gut, schnell rein da, schnell rein. Okay, mein Brow ist gut. Oder meine Brows. Mehrzahl. Sind zwei Leute gestorben leider. Ich will mal ganz kurz da rein gehen und dann holten. Okay, ich glaube, die werde ich sogar... Also ich benutze meine Ult sonst gerne zum Heilen, aber... Da kann man auch durchaus mal kurz... äh... Ulten... Ne, halt die Ult benutzen zum Beispiel zur Ulten, wenn man dadurch irgendwie mal kurz dann einfach die drei Geist und Abluxen kann die auch stören. Hallo, da oben. Ja, thanks. Thanks for simple. Okay, das war irgendwie ganz cool, dass ich gerade hier hochgeschubst wurde, wie auch immer das passiert ist. Und ich hab schon wieder kein Team mehr hingeworben. Mein Teammanagement war auch echt mal besser. Okay, Team Pill. Das lief sehr gut für die erste Runde. Und ich hab einfach 6500 Teilungen in 5 Minuten gemacht, das ist auch ziemlich geil. Hallo. Hallo. Can you hear me? Yeah, I'm from Italy. Yeah, Germany. I'm from Italy. Very good. What about you? America. Nice. Happy New Year. Happy New Year. Oh, Entschuldigung. Happy New Year. Gut, und wir sind in der zweiten Runde. Einfach gerade ganz witzig, in der Zeit, in der wir gewartet haben. Einfach so, jemand ist so in den Schwachchat gekommen und hat einfach so gefragt, aus welchen Ländern wir so kommen. Und jetzt haben wir uns gerade alle gegenseitig frohes neues Jahr gewünscht. Auch ganz cool. Nein, 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 nein. McCree, du stirbst nicht. McCree, komplett. McCree, K. Einfach, statt Brie oder so. Ein ganz, ganz hartes K war das. Gut. Das hat aber mal ein halbes Team draufgegangen. Ja, Bro, ich kann noch nie unendlich viel heilen, Genji. Und das gleiche gilt für dich auch, Reinhard. Au, es war so klar. Gerade nachdem ich goldet habe, habe ich so gehört, wie Junkrat so ein blödes Hardhouse geholt hat. Komm, 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 nicht draufgehen, nicht draufgehen. Nein. Bis mercy, bis mercy, du verweckst, du verweckst, Geera. Jetzt hat die einfach mal eine Kugel gefressen, wie ehrenlos. Ja, nicer Hook, Rordog, nicer Hook. Nein. Junge, meine Reflexe sind einfach gar nicht verwandelt. Jemand ist low, ich fahrt erst mal 50 Sekunden, bis ich anfange zu heulen. Yo, Bro. Nein, jetzt ist die andere noch draufgegangen. Kommt, wenigstens schon gestirbt. Wo ist Ding denn jetzt hergekommen? What the fuck? Kommt, Leute, komm, 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 komm. Nice, GG. Das war doch eine sehr schöne Runde. Einfach eins im Grunde, die Gegner haben nichts geschissen bekommen. Ja, okay, da habe ich eine Ult erst mal für den Triple Kill eingesetzt. Ah ja, solche schönen Snacks. Ehre. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch das erste Video des neuen Jahres gefallen hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal ein Like oder auch ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.